Catherine, Princess of Wales, missachtet eine Regel des Royalen Protokolls. Als Catherine, Princess of Wales, 41, ein Pflegeheim in Slugh besucht, nimmt sie sich viel Zeit, um sowohl mit dem Personal als auch mit den Bewohnern zu plaudern. Darüber hinaus begeistert sie die Anwesenden mit ihren Kochkünsten und zaubert leckere Pfannkuchen. Doch obwohl Kate viel Applaus bekommt, als sie die Pfannkuchen wendet, stören sich einige Royal-Fans an einem Detail ihres sonst perfekten Auftritts. Denn Catherine soll eine Etikette des Royalen Protokolls missachtet haben. Worum es sich genau handelt, sehen Sie im Video. Verwendete Quelle, Mölondonius.